so hallo meine lieben freundinnen und freunde der volksmusik herzlich willkommen zu let's play resident evil revelations 2 und zwar der dlc zusätzliche käuflich erwerbliche inhalt little miss die kleine frau oder oder so glaube ich heißt es oder die kleine frau wir waren hier in der in dem schönen da kann man leider nicht durchgehen komischerweise die kann doch sonst immer durch die anderen kommen auch nicht durch und wir müssen wir müssen dadurch ach so die kommt dann nicht durch sie kann nicht aufmachen sollte also die die weiße hier meine natascha die muss sich dadurch schleichen für alle die neu zugeschaltet haben da kommen natürlich da waren und da waren schon drin jemanden natascha die hat natürlich keine waffe und nix und die kann diesmal auch aber auch kein ziegelstein nehmen und jemanden kaputt haben die muss sich jetzt durchschleichen und sobald sie gesehen wird von einem monster ist ende sofort aus und sie hat ja diese schwarze böse natascha quasi noch als kollegin und ich kann zwischen beiden hin und her wechsel und die schwarze kollegin die sieht die monster und die kann aber keine türen öffnen also jetzt muss ich da rein währenddessen ist die die weiße natascha in hock stellung und jetzt muss sie aber die tür aufmachen jetzt aber schnell schnell weg hatte jetzt jetzt muss ich erst die lage sondieren weil die kann da jetzt reingehen schau her die kann den kann neben ans bein pinkeln hätte ich meiner gesagt leider nicht ans bein pinkeln aha der bleibt jetzt aber so stehen und ich muss jetzt aber durch da auch war ja ich muss dadurch oder da genau die kann aber keine tür auf also ich muss dadurch der bleibt ausstehende heini glaubt mir doch keine sau schau wenn ich es nicht auf video hätte wird so keiner glauben schau dir das an die steht jetzt auf und schaut es den idioten an den drei armen der mit fußpilz ja der fußprobleme so jetzt muss ich mit der kollegin rein bzw durch und da haben jetzt das problem dass der da zur tür hin klotz jetzt müssen wir so eine rauchflasche nehmen wie ging das wieder aha warte so irgendwie jetzt gehe ich da rein hoffe ich mal jetzt schnell versteckt also ist wieder zu jetzt müssen wir wieder wechseln da da kommt schon der nächste aha hier ist sowieso schon rauch haben wir als bin ich da zwei meter weiter oder wie jetzt muss ich da die treppe auch wahrscheinlich oder jetzt muss ich erst mal schauen muss sagen geht das ist so ein kollege hier mann der hat jetzt den anderen fuß so schlimm der hat schon holzbein auch sieht mich der jetzt das ist es gab mir keine sau der watschelt jetzt darum jetzt was so macht und ich muss die treppe rauf oder aha die war jetzt bloß hinterher der watschelt da immer so im kreis so man muss jetzt schauen was er macht und ich muss dann darauf oder oder wahrscheinlich oder aha sollte jetzt war schlicht ihm hinterher kommen schnell dann war nicht da die treppe rauf oder vermute ich mal also schicke felgen sie ist er oder das brüte es macht dich fertig schauen wir mal was der für einen typen schild hat jetzt kann ich darauf watscheln oder das macht dich ja und muss aber leise also langsam und jetzt darauf hat man scheiß buch hatte ich schon da ist eine schlange oder so jetzt aber rauf kommt jetzt mal hier in der ecke nee jetzt gehen wir rauf oder ohne kollegin nee da ist nichts Aha, dann gehen wir hinterher. Gehen wir mal da rein. Das ist gut. Wir suchen weiter, aber ich glaube, du brauchst sie nicht. Du bist jetzt stärker. Na schau her. Ist das hier so eine Lehrstunde für Mädchen, die Angst haben? Oder auch Jungs, die Angst haben? Die sollen hier was lernen wahrscheinlich. Dass sie ihre Puppe nicht mehr brauchen. Das ist so pädagogisch wertvolles Spielzeug hier. Also, oder? Na gut, jetzt gehen wir da rein wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, da steht einer. Oh, der bleibt, der steht. Der steht da. Kann man da nicht durch, sag mal. Da ist aber keiner drin. Dann gehen wir da rein. Hoch, da war man noch. Was ist das? Da unten. Da, das würde mir auch mal wahrscheinlich... Oh, ach, da ist das... Achso, jetzt warte mal. Ja, man sollte... Ah, da komme ich aber unten wieder raus, oder? Jetzt gehe ich mal mit der, kann ich mit der runtergehen. Das nutzt man aber nix. Oh, weia, jetzt komme ich mit der nicht mehr raus. Ach, du Scheiße. Was passiert, wenn ich jetzt zu anderen gehe? Kommt die dann zurück? Nicht... Nicht da scheinlich. Kommt die dann wieder? Oder ist die jetzt... weg? Warte, die kommt wieder. Oder? Kommt wieder? Weil ich glaube, da... Jetzt gehen wir nur im Kreis. Wenn ich da runtergehe, glaube ich, gehe ich im Kreis, oder? Wo ist die denn jetzt? Wenn mich alles täuscht, müssen wir da raus. Und da ist meine Kollegin, oder? Ich glaube, wir müssen da raus, oder? Weil da unten ist sonst nix mehr. Da müssen wir raus wahrscheinlich, weil da unten... Oder siehst du da einen Brief? Gehen wir nochmal... Kann er mit der rumlaufen, oder? Da ist sonst nix, oder? Ha, das ist... Da kriegst du Flöhe her, komm. Nee, da ist aber nix, oder? Wahnsinn. Wo geht's denn dann da hin? Ah, da steht aber so eine Verrauchflasche, oder? Ah, das fahrtig von den Socken. Wo geht's jetzt da hin, oder? Ah, da... Muss ich da hin? Ah, nee. Ach du Scheiße, jetzt bin ich nicht mehr zurück. Da ist aber nix, oder? Ich will sie nicht mehr. Ich glaube, ich muss nur da raus, oder? Glaube ich. Hoffe ich mal. Das ist... Das Spiel macht dich. Da kommen wir ja nicht durch. Und da ist aber auch nix, oder? Weißt du noch was? Da geht's raus. Ich glaube, ich muss nur da raus, oder? Hoffe ich mal. Das haut dich von den Socken. Hm, hm. Wo schaut denn der jetzt hin? Warte. Wo schaut denn der hin? Ich glaube, ich muss nur zur Tür raus. Der schaut mich an, oder? Warte. Ich glaube, ich muss nur raus. Komme ich nicht raus. Ah! Bin ich jetzt weiter? Es hat gespeichert. Dann bin ich vielleicht sogar richtig, oder? Ja, ich hoffe mal, dass ich... Och, da ist einer. Ich hoffe mal, dass ich richtig bin. Kann man nie wissen. Eigentlich sollten wir ja die Gegend kennen, aber ich weiß... Ja, ja, also ich bin... Kenn's schon ein bisschen. Wo muss ich denn hin, weiß das einer? Zum Funkturm, oder so? Ah, jetzt muss ich wieder durch den Bus durch, oder? Gut, jetzt gehen wir da in den Bus rein, oder? Kommt die dann von selber? Tatsächlich die kommt von selber. Geht da runter, oder? Hat dauergespeichern, na gut. Super Spiel hier, das muss man mal... Muss man mal deutlich sagen. Muss man mal ganz deutlich sagen. Muss ich in den Bus rein, oder? Jetzt warte ich, bis der da rüber geht. Also, wenn ich's nicht genau wüsste... Wie viel hab ich denn noch heute? Hoch. Jetzt geh ich da rein. Schnell rein. Ah, jetzt bin ich schon... Hat's mich schon entdeckt, das Tierchen. Na gut. Bewusstsein verloren. Ja, ich verliere hier gleich das Bewusstsein. Jetzt sag ich da... Muss ich da jetzt eine Rauchflasche opfern hier? Ich verliere da... Ja, ja. I lose my consciousness, oder wie heißt das? Auf Rossing, ich weiß es nicht mehr. Losing my... Muss ich da jetzt eine Flasche opfern? Das sehe ich schon. Bang. Oh, oh. Jetzt gehen wir da rein. Hä? Oh, da ist der Nächste. Muss ich mich da verstecken? Jetzt kommt die anderen immer durch. So. Jetzt bleiben wir da mal. Ich glaube, ich muss da rein, oder? Da geht's da rein. Ah, da genau, da ist der blöde Spielplatz. Hä? Bin ich jetzt schon wieder entdeckt worden, oder wie? Warum ist da... Ah, nee. Komm, muss ich da jetzt in einem durchwatscheln? Aber ich weiß auch nicht, ob ich hin muss. Na, komm. Diesmal jetzt laufe ich gleich kamikazimäßig durch, das sage ich da. Jetzt laufe ich aber gleich durch hier, das warte. Kann ich da wenigstens bleiben. Jetzt muss ich da mal, muss da durch. Muss ich mal schauen. Ah, der bleibt so stehen, oder? Aha. Oder der bleibt so. Und dann muss ich... Hat mich der jetzt schon wieder gesehen. Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Geht schon wieder nicht mehr. Ach, nee. Muss ich da jetzt in einem durchwatscheln? Na, du Scheiße. Äh, ich weiß auch nicht, wo ich hin muss, Freunde. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt laufe ich da durch. Komm. Jetzt muss ich dann bei dem anderen auch durchlaufen. Warte. Ja, wenn ich wüsste, wo ich da hin muss. Kann ich mich da jetzt verstecken, wenigstens? Schauen wir mal. Jetzt schauen wir. Huch. Da kriegst du aber schon Paranoia. Jetzt lassen wir die mal da hocken. Wo muss ich hin? Da ist noch einer. Dann müssen wir da rein. Ah, da muss ich... Aha, da muss ich rein. Oder? Jetzt ist es verreckt, die wieder. Entschuldige. Also gut, bei dem Monster rechts rum rein, oder? Hat der... Da muss ich da... Verstecken irgendwo. Das ist ja unangenehm. Huch. Sorry, nix mehr. Jetzt bin ich da vorbei. Ach, jetzt hat mich der gesehen. Ach, komm. Ach, das ist unfair. Ach, geh. Ne. Die Flaschen wirken aber nicht richtig. Na gut, das habe ich auch gerade gemerkt, ja. Ach, leck. Leck mich. Da muss ich jetzt da 10.000 Flaschen werfen. Komm, das machen wir jetzt. Geht wieder nix. Geht wieder da durch. So. Da müsste ich... Hätte ich bei dem auch keine Flasche werfen müssen. Komm, jetzt werfe ich 10.000 Flaschen. Komm, das mache ich nicht mehr. Warte. Warte. Jetzt sieht mich der dann. Jetzt sieht mich der gleich wieder. Komm, ich wollte gerade die Flasche werfen. Hey, das ist unfair. Hä? So eine Schande. Das ist Bewusstsein. Das kann nicht sein. Ach, komm. Jetzt mag ich nicht mehr. Ja, gut. Ist ein tolles Spiel, muss man schon mal sagen. Ganz tolles Spiel. Sehr schön gespielt. Es macht mich richtig... Macht richtig Spaß, muss ich jetzt mal bemerken. Richtig spaßig. So, jetzt müssen wir bei dem... Müssen wir da noch mal ein... Jetzt müssen wir gleich einschmeißen. Das weiß ich wieder nicht. Jetzt hat mich der schon wieder gesehen, oder wie? Ach, leckt mich. Den mag ich nicht mehr. Wie kann denn der... Der sieht das immer, gell? Muss ich da hinten rum wieder, oder wie? Oder komme ich da hinten rum? Moira kann ja ein Brecher. Also, was war denn mit dem Brecher? Ah, leck. Muss ich da hinten rein. Das Spiel macht mich fertig. Jetzt muss ich bald gehen. Fläschchen. Dann rein. Äh, oh, raus. Muss ich da irgendwo anders verstecken, oder wie? Da komme ich aber nicht anders rum. Da hinten... Müsste ich jetzt da hinten rein, oder wie? Warte. Gehe ich mal da rein? Aha. Aha. Schau dir. Der guckt da nach links drüber, oder? Ich komme aber da nicht anders raus, oder? Jetzt sieht mich der gleich wiederkommen. Da hinten geht es aber nicht rum, oder? Aha, nee. Das ist zum Scheißeschein. Da kommen wir auch nicht drüber. Witziges Spiel, das macht ein. Aha, der schaut nach links drüber, oder? Schaut der nach links drüber? Wenn man das vielleicht ein bisschen deutlicher sehen könnte. Der schaut da zu dem Auto hin, da immer. Aber da muss ich... Aha, da muss ich jetzt quasi da hin. Hupala, kommt der. Da hinschleichen. Das würde mich gleich wieder fressen. Warte. Tarnen und täuschen. Schau, jetzt aber, komm. Jetzt gehen wir aber rein. Rein. Speichern, speichern, speichern. Speichern, ich kriege Flühe. Ich kriege ich, da sehe ich, da höre ich doch schon gleich wieder. Nee, aber es hat gespeichert. Ah, nee. Zehn Minuten haben wir noch. Tee-Pause. Jetzt habe ich keinen Kaffee mehr, jetzt muss ich Tee trinken. Mhm. Oh, oh. Wo muss ich denn jetzt hin? Huch. Kann ich da rauf klettern. Das wird mir aber wahrscheinlich nicht fehlen. Hützen, oder? Der patrouilliert da mit seinem schlimmen Bein. Aha. Ah, da kann ich jetzt springend mich hinüberbewegen. Aha, da müssen wir da raus. Wahrscheinlich, oder? Da geht's. Hallo. Und sonst ist er da. Ah, da sind wieder zehn Flaschen. Die hat, ach so, das bin ich, gell. Äh. Was ist denn das für ein lustiger Kollege? Hat der zwei Köpfe, oder wie? Oh, schau her. Toll, toll. Edward mit den Scherenhänden. Da, schau her. Einen schlimmen Fuß. Gut, sonst ist da nix irgendwie, oder so. Huch da. Ach, der ist da drüben, oder? Da muss man da nix noch mitnehmen. Der patrouilliert da, irgendwie, oder? Und wenn ich dem einfach hinterher weitschel, dann könnte ich da rausgehen, oder? Der patrouilliert da. Machen wir jetzt mal ein paar so. Schau her, gehen wir dem hinterher. Oh, oh, oh. Der hat zwar zwei Köpfe, aber die schauen alle nach vorn, oder schlimm wäre es, wenn der Eidekopf nach hinten schauen wird. Das ist ja unangenehm. Gut, oh, 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 oh. Na gut, schau her, das ist ja doch dann halbwegs. Nehmen wir das. Nehmen wir noch eins. Jetzt gehen wir da raus, oder? Peng. Speyer da jetzt. Nein. Huch. Oh, oh. Dann aber mal. Huch, da ist. Der macht die Tür zu. Ich krieg die Tür nicht zu. Da ist es wieder einer, oder? Oh, weia, wir kommen da. Oh, da ist es schon, da ist es schon, da ist es schon. Äh, äh. Nicht, dass die wieder in Bedrängnis ist. Was macht denn der da? Äh, da kommt gleich. Ne. Das ist doch irgendwie. Das ist, komm, jetzt gehen wir mal schnell um die Ecke. So. Äh, warte, und andere. Jetzt kommt die da nicht durch, das glaube ich nicht. So, gut. Äh, jetzt schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Es gab mir keine Sau. Aha. Na gut. Dann gehen wir da hin. Das kann man das nicht wegschieben, oder so. Ne. Jetzt ist es so da rein, hilft nichts. Komm, mach auf. Uhuh. Geh. Geh. Geh da mal. Uhuh. Uhuh. Na, ich bin schon fünf Meter weiter. Naja, heute ist Sonntag, also bis morgen vielleicht. Kurze Pause. Mhm. Der hat einen schlimmen Kopf, oder wie? Ich muss jetzt da durch, oder wie? Aha. Der läuft da immer im Kreis rum. Ich muss dann da, da durch, oder? Mhm. Da ist sonst nix, gell? Muss man da durch? Ja. Das glaubt ja, wieder keine Sau. Warte. Warte, komm ich da jetzt noch schnell hin? Warte. Ah. Ah. Na, 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 komm. Na, gerade noch, oder? Gerade noch durch, oder? Äh, nö. Schnell, schnell ran. Gehen wir da in Deckung. So. Freunde. Der ist, der haut dich von den Socken. Müssen wir da rein, oder da rein? Was ist denn da oben noch? Ach Gott, jetzt wissen wir nicht, wo wir hin müssen. Da ist einer Hilfe. Der hat so ein... Also da kommen wir schon mal nicht... Äh, da kommen wir gar nicht vorbei. Schau her. Der hat so eine Schraube im Bein. Schau mal. Da kommen wir gar nicht durch. Das ist ja unangenehm. Schau her. Das ist wie die da hinschaut. Also wer das Spiel entwickelt hat, der muss doch... Weiß nicht was, der nimmt, aber er nimmt eindeutig zu viel davon. Oder? Schau her. Da muss man doch auch mal sagen dürfen, dass... Komm, das ist... Das glaubt mir doch kein Schwein. Da kommen wir aber nicht durch. Ja gut. Also müssen wir unten... Äh, da rein dann, oder? Na gut. Machen wir das mal. Und das glaubt mir kein Schwein. Oh. Mhm. 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 Gut. Dann gehen wir da mal in Deckung. Warum steht da immer 0 Kräuter? Kein Kräutertee? Jetzt müssen wir da durch. Ah. Sind wir. Oh. Wo müssen wir jetzt da wieder hin? Äh. Da geht da nicht. Bin ja gespannt. Müssen wir wieder zum Funkturm, oder wie? Oh. Der watscht. Was hat denn der schickes? Und Pizzaschneider. So einen halben. Mhm. Wir müssen wahrscheinlich da raus, oder? Mhm. Wahrscheinlich, oder? Na gut. Mhm. Der geht immer da so hin und her, oder? Da hinten ist nix, oder? Doch, da oben. Da ist die Tür, aber da komme ich nicht drauf. Das ist wahrscheinlich auf Stufe schwer, dann. Da müssten wir da oben nicht, oder? Jetzt gehen wir mal... Gehen wir mal da hin. Schauen wir mal. Der geht jetzt da hin. Da ist ne Flasche. Und dann dreht er um. Oder wo dreht er um? Da dreht er um. Aha. Schauen wir mal ins Wasser, schauen, wo der lang watschelt. Das schaffen wir noch, oder? Jetzt hoffe ich mal, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Aber war ja da in den linken drin. Wo drehen der um? Da dreht der um. Aha. Kann man sich hier verstecken? Dann... Warte. Warte, wenn der jetzt kommt. Warte, hau mal in meine Flasche hin. Watsch, jetzt komm, jetzt watsch ich mal da raus, weil ich morgen jetzt nicht mehr... Geh mal da raus, komm. Speichert. Speichert. Oh, ho, 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 ho. Jetzt wird sie auch noch philosophistisch hier kommen. Was, wie ein dummes Mädchen oder so? Nee, nee, nee. Oh, ho, 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 ho. Das Spiel... Da watschelt einer, komm. Da ist einer. Jetzt sind wir schon wieder bei so einem blöden Spielplatz. Wo sind wir denn jetzt? Sag jetzt nicht, dass wir im Kreis gehen. Äh, nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Äh, da sind. Aha, warte. Wenn mich alles täuscht, müssen wir da rein. An dem Heini vorbei. Da in die Bude rein. Da rein, oder? Wenn mich alles täuscht. Oh, oh. Der bleibt da. Och, das ist so ein ganz böser. Ja, der bleibt aber stehen, oder? Der bleibt stehen. Das heißt, ich müsste da jetzt hinter die Kiste gelangen. Da hinten rum, irgendwie. Wo ist meine Kollegin? Aha. Müssen wir erst mal uns anpirschen. Warte. Oh, jetzt ist es. Der wird mich wieder gleich sehen. Das weiß ich. Oh, oh, oh. Da kann er mich aber nicht sehen, oder? Kann er mich da sehen? Oh, jetzt kommt Sturm auf. Wobei ich jetzt fünf Flaschen, oder wie? Huch, ich hab fünf Flaschen. Wunsch. Für die Flucht oder Schleiangriff, wie kann ich noch keinen angreifen? Jetzt gehe ich mal da hin. Ich muss da links hinter das Auto, bin ich da jetzt? Ja. Müssen wir mal. Oh, wir haben noch zwei Minuten. Oh, oh, oh. Ich muss da links hinter die Autos, da, oder? Wobei, ja. Jetzt hau ich dem mal zwanzig Flaschen hin. Komm. Komm, ich tue jetzt immer lang rum. Jetzt gehe ich da da hinten hin. Tu mal nimmer lang rum. Der schaut noch darüber. Jetzt wirst du da in die Türen. Na, schau her. Oh, ist das spannend. Jetzt muss ich an dem vorbei. Jetzt gehen wir da rein. Huch, huch. Jetzt gehen wir da rein. Oh, speichert, oder? Speich, speich, speich. Jetzt rutsch mal da runter, dann speichert es, oder? Ah, warte. Drei Meter. Da war irgendwas von drei Metern. Aha. Achso, das war die Kollegin. Ah, nee. Jetzt müssen wir noch weiter. Echt? Ja, ja. Na, und? Ein bisschen Dunkelheit hält dich nicht auf. Weißt du, Natalia? Was du brauchst, ist ein echter Freund. Ich habe einen. Mr. Fischer. Er hat mir Leute gegeben, als er mich in Terracritia gerettet hat. Na, da ist weg. Und bald ist auch Lottie weg. Ich bin alles, was dir bleibt. Na, schau her. Nein, ich hab sie gesehen. Aha. Hab ich doch. Oder hab ich nur geschlafen? Tolles Spiel, du kriegst Flühe. Jetzt schalte ich, ich muss wieder ausschalten, gell, Freunde? Und dann schalte ich wieder ein. Das müssen wir jetzt hier noch fertig kriegen. Hier kommt Folge 28, ja, das ist dann die nächste. Gut, Freunde, ich schalte mal aus, gell, und dann geht's gleich weiter. Weiter.